2. und eigentlich nur felsbrocken in den äußeren ecken des sonnensystems nichts sollte hier sein so viel dazu dass hier nichts ist begeben wir uns auf eine anhöhe der mittigkeitsposition arbeiten kann Und mit diesen ersten Bildern von Nexus heiße ich euch willkommen zurück bei einem weiteren Part von Destiny 2. Und ja, wir sind auf einem neuen Planeten. Yay! Ich freue mich. Und hier direkt auf irgendeinem... Alles klar. Ich verfolge Cates Signal. Ich glaube, ich habe da was. Ich stecke in der Klammer. Wechsfalle. Fail safe. Wechsfalle? Wo zieht Cate uns denn jetzt wieder rein? Irgendwas hier sendet das Signal in den Weltraum. Wenn wir den Sender finden, finden wir auch Cate. Okay. Also. Ja, wie gesagt, wir kommen zurück hier bei Destiny 2. Wir müssen Cate finden, denn wir brauchen sie, ihn oder es, um uns gegen die neue Gefahr, was heißt neue Gefahr, gegen die bekannte Gefahr, die Allmacht und diesen Anführer Gaul zu erwehren. Und ich schaue, während ich gerade rede, wo es hier überhaupt lang geht, wo wir überhaupt runter müssen. Und ich glaube, hier ist schon mal ganz gut. Ähm, bevor es jetzt weitergeht, kurzer Waffentest. Denn die Waffe ist neu. Diese Waffe ist auch neu. Impuls. Oh, what the fuck. Super schnell gelade Zeit hier. Und Ach so, so ein Impuls-Ding ist das hier. Hm. Naja. Nehmen wir mal die hier. Und hier ist, glaube ich, ach, hier ist ein, hier ist ein Aufzug sogar. Und, ja, wahrscheinlich, so sieht es aus, kommen wir damit runter. Wir droppen mal rein. Einen kurzen Drop-In. Ja, da kennen wir nix. Das ging schnell und weiter geht's in Richtung Kate Six. Und es gibt zu abwechseln auch mal ein paar friedliche Bewohner hier. Hört ihr das auch? Diese angenehme Stille. Schon fast verdächtig. Fast verdächtig. Ich glaube zwar, die Tür ist zu, aber wir schauen trotzdem mal hin. Wenn es denn überhaupt eine Tür oder ein Tor ist. Wir folgen mal weiter dem Fall. Beziehungsweise lauern mal kurz, wie wir es immer machen hier kurz mal in die Ecke, ob hier vielleicht noch was liegt. Lootbares Material. Okay, also hier ist ein ganz anderer Bereich. Hier kommen wir auch nicht mehr zurück auf den ursprünglichen Weg. Wir lauern mal kurz rein. Da hinten ist ein Tor. Da geht's hier also gleich noch weiter. Oder später. Oder in dem nächsten Part. Wir werden sehen. Aber wir machen uns zunächst mal hier auf den Weg weiter. Der uns angezeigt wird. Da ist ein abgestürztes Flugzeug. Da. Das Signal kommt von dem Schiffsrack. Genau. Dann hat sich Kate vielleicht hier abgestürzt und hat sich hier irgendwie in das Gemäuer versch... Ja. Ist dort reingegangen wahrscheinlich. Und wir hören schon ein Signal. Oder einen Sender. Signal. Hallo. Bist du hier, um Kate 6 zu retten? Wow. Du bist dicht, Kate. Kate 6 steckt zur Zeit in einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben. Jetzt ist er da drüben. Ups. Hm. Er bewegt sich? Klasse. Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber ich werde nur darüber motzen. Wie bitte? Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Ähm. Okay. Oh, geil. Ein schizophrener Prozessor. Das hat uns gerade nur gefehlt. Hammer. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ja. Alles okay? Du hörst dich komisch an. Ich bin Failsafe. Das Sicherungssystem der Exodus Black nennt mich Failsafe. Ich habe das Signal von Kate 6 verstärkt in der Hoffnung, jemand würde ihn retten. Und da seid ihr. Ah, ich verstehe. Sie ist nur eine KI. Eine fehlerhafte KI. Das habe ich gehört. Ich bin immer wieder zu diensten. Ah, okay. Zentaurern sollten eigentlich nur riesige Eisbrocken sein. Wie ist das denn alles passiert? Eine Alien-Roboter-Farm namens Vex haben eine 92,014-prozentige Umwandlung des Zentaurer Nessos erreicht. Klickt interessant. Nessos instabiler Zentaur. Hallo? Jemand hier? Na, wenn jemand hier wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht verraten, oder? Okay. Okay. Dann gehen wir tiefer in die Höhle und lassen uns mal überraschen, wer hier so sein Unwesen treibt. Aber vielleicht gibt es ja auch nette Wesen hier. Freundliche Wesen. Zuvorkommende Wesen. Die uns einen Kakao anbieten. Oh. Ist er das? Ist er gefangen? Kate! Ist da jemand? Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Zeit zu erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung! Die Wächs werden dich eliminieren. Unser Super ist bereit. Den zünden wir jetzt. Willkommen in meiner Welt, Schatzi. Hat sich hier ausgewächst. Das Sie ist bereit. Sieht das ... Yeah. Sieht dasanstalt aus, Schatzi. ich glaube das kann nicht alles sein heute da kommt dann was oder irgendwas kommt noch nach die spezialausführung kombination granate und schuss und irgendwo haben wir sind dauer spawner ja und ich glaube es ist doch noch aufpassen und nicht übermütig werden granaten hat auf da warten wir noch drauf und schmeißen die dann in den pulp hinein granate beeil dich no die waffe macht keinen schaden also die macht keinen guten schaden die wird gleich mal ausgewechselt versuchen wir das andere gewehr dass wir noch nicht hatten ach es ist dieses auflade dingen okay das ist gut das funzt das funzt allerdings muss es auch treffen sparen wir uns die munition für die stärkeren gegner für ihn zum beispiel so was kommt jetzt wo versteckt ihr euch hallo da hinten in seelenruhe trabt er mal eben da hoch was ist denn hier eigentlich passiert gute frage kate 6 wollte das wegsportal system manipulieren er steckt in einer nicht linearen schleife fest zu meiner verteidigung ich habe ihn gewarnt das läuft nicht gut ja schade der hat sich wirklich irgendwie weggebeamt jetzt hier ne in dieser schleife beamt er sich jetzt von ort zu ort bis wir den dann endlich mal kriegen macht nichts wenn es schnell geht ne versunkene kaverne versunkene kaverne das war auch schon ein bisschen fehlgeleitet hier die ki zumindest ein eindruck gibt ja doch ein fall schaden also wo geht es runter soll man etwa darüber springen ok und was ist das für ein verwandter hier ja hier sind einige wachen versuche ich mal vorbeizuschleichen seht da überall da oben auch ja und er halt sich jetzt nicht mehr ich glaube das war schon ein chef oder ein vorgesetzter alle die sich so heilen können sind alles schon meistens so stellvertretende geschäftsführer abteilungsleiter das war eine aushilfe ich will gar nicht fragen aber das ist mit der crew der exodus black passiert nur mein captain kann auf diese erinnerungen zugreifen und er ist sowas von tot ich glaube der schwach hat er war knapp der sprung aber gar geschafft so irgendwo eine kiste hier no tschüss auswürfe so hier geht es noch weiter runter müssen aber nicht wir gebe ich zu den koordinaten die feldsäfte gegeben hat genau nichts weiter ach was was du nicht sagst wollen wir mal hoffen dass sie richtig liegt abgefahrenes höhlensystem leute oder ja ja hätte ja sein können brunnen der riesen schauen wir uns mal kurz an oder so kate wo bist du wo verteidiger kate 7 wo bist du denn okay ja ja kümmere dich erst darum dann um mich Hey, du machst das super, glaube ich. Okay, das bringt wohl nichts. Wir müssen aufpassen oder abwarten. Okay, okay, die macht Schaden. Groß aufladen. Aber wir haben durch die Granate schon einiges weggesprengt, glaube ich. Die ist ja direkt vom Himmel verschwunden gerade. Nee, gefällt mir nicht so richtig, die Waffe. Komm, Granate, lade ich auf. Noch ein bisschen. Okay, also der Schaden ist doch immens. Nein. Wo bleibt denn hier die Aufladung? Hallo? Das war ein Job. Immun. Nur die andere Waffe mal. Da ist wieder so ein Abteilungsleiter. Oh. Ja. Das war's. Und er hat wieder aufgeladen. Na, klasse. Granate. Ja, man hat gesehen, das schmeckt ihm nicht. Äh, im Moment ist die Mauer hoch, die Deckung ist oben, meine ich. Sobald man raustritt, nimmt man Schaden. Also das Gamepad ist jetzt ständig am Flackern. Und anscheinend schießt er ja auch durch die Wand, oder was ist hier los? Hey, hast du mich erwischt? Ich versuche wieder nicht zu übeln. Und nein, es ist ja weg. Es ist ja irgendwo, hat er sich hingebeamt? Kite, geht in Deckung. Ich gehe auch in Deckung. Und am liebsten wären wir ja, wenn wir mal nach oben gehen hier und diesen Typen da erstmal erledigen, weil der macht am besten, der macht wahrscheinlich später immer noch Stress hier. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Also, dann komm mal her. Machen wir mal eine Nahkampfattacke. Also festhängen ist nicht so gut jetzt. Na also, geht doch. Bald haben wir ihn. Ein ganz kleines bisschen noch. So, das war's. Gute Arbeit. Jetzt kommt ihr her, bevor ich wieder verstehen will. Schnell, komm her. Ich weiß nicht, wie lange das Portal steht. Kate? Was hast du... Stopp, 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 stopp. Hör zu. Lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal. Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhig dich. Verstanden, Kate. Aber wie bist du... Verdammte Axt! Hast du mir nicht zugehört? Ob sie ihn wohl deshalb nie aus dem Turm lassen? Ah, okay. Dann haben wir ihn wohl befreit. Na? Holy Day, sag was. Holy Day. uns helfen, die Energiequelle zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen? Oh ja, wenn wir den Vex-Teleporter finden, den die Kate-Einheit genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Okay, wir finden also diesen Vex-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Oh, alles klar. Also, Kate ist noch nicht frei. Wir müssen noch mal ran. Und das machen wir auch in dem nächsten Part. Sei dabei. Ich freue mich drauf. Bis dahin und ciao.